Du bist doof. Okay, wir können nur auf sie klicken und wir... Ja gut, wir haben die Karte im Inventar, das hilft uns bestimmt viel. Ich hab dich lieb, Mami. Tja, dumm gelaufen, Frau, was? Ich hab dich lieb, Mami. Ich hab dich lieb, Mami. Tja... Mehr hat er also nicht drauf, so wie es aussieht. Ich hab dich lieb, Mami. Geh einfach durch. Genauso. Ups, Weltzusammenbruch. Habs kaputt gemacht. Wir haben immer noch das Dingsbums-Alien und ich speicher nochmal. Ja, ich bin hier sehr speicherbar, Mami, geb ich zu. Man weiß ja nicht, wofür's gut ist, ne? Hallo, du Knupselpupsel, du, ich nehm' mich mit. So. Ja, ich glaube, hier speicher ich das letzte Mal, denn... ...hier werden wir dann zurückkehren. Nein, speichern, nicht laden. Speichern! Verdammt normal! Ah, da gibt's noch was. Denn soweit ich weiß, gibt's... ...gutes und ein böses Ende. Mach mal zu hier. Zu, 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 zu. Ist doch gut jetzt. Können wir da nicht einsetzen. Können wir da nicht einsetzen. Und können wir da nicht einsetzen. Okay. Ne, das haben wir grad versucht. Das bringt uns nix. Also, nehmen wir den hier und kombinieren den hier mit. Geht nicht, alles doof. Hmhm, hmhm, hmhm. Sonst haben wir hier nix. Okay. Haben wir noch was? Können wir hier vielleicht irgendwas einsetzen? Nein, können wir nicht. Können wir auch nicht. Ja, wir können noch mal zurückgehen. Für den Fall, dass wir hier irgendwo irgendwas übersehen haben sollen. Nein, das sieht bisher nicht so aus. Da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt wieder hin. Hier scheinen wir auch nichts übersehen zu haben. Hier haben wir definitiv nix übersehen. Okay. Dann gehen wir langsam doch leicht Ideen aus, möchte ich anmerken. Also, wir können hier was tun. Und wir können da was tun. Ah, wir können hier was tun. Aha, verstehe. Ah, 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 ah. Können wir dich hier einsetzen? Nein. Können wir dich hier einsetzen? Ja, okay. Was immer noch nicht viel ändert, aber hey. Sonst ist hier noch nicht. Okay. Ah, ne, halt. Da wollte ich bleiben, danke. Okay. Können wir hier sonst noch irgendwas tun? Nein, halt. Nein. Scheinbar nicht. Ja! Ähm. Ja, Konsole. Habt schon begriffen. Ja. 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 Ja, warum waybron. Ja. 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 Moment mal. Also gut. Ich hab die Lösung mal gefragt. Die sagt hier unten... ...muss ich Dingsbums und Glibberschleim kombinieren. Warum auch immer. Wie auch immer. Scheinbar noch nicht. Das ist auch alles doof. Das ist aber doof jetzt. Ja, Moment. Nein. Nein. Auch blöd. Alles leicht blöd. Ah, das musste ich... Äh, das sollte das sein. Dann musste ich die beiden kombinieren, irgendwie. Moment. Zack. 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 Zack, 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 zack. Warum? 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 Oder muss ich vielleicht... Ehm... Mach zu. Das hier mit, äh, dem. Okay. Gleich lächerlich. Also ich weiß, in der amerikanischen Version gab es sogar Sachen, wenn man versucht hat, die zu kombinieren, ist man dort. Aber gut. Können wir damit jetzt hier an dem Rohr irgendwas anklatschen? Offensichtlich ja nicht. Interessant. Können wir die Dinger vielleicht zusammenbringen? Nee. Gibt es hier vielleicht... Aha, da war doch was. Aha. Darauf klatschen wir das. Okay. Macht jetzt alles wahnsinnig viel Sinn. Und die Konsole ist an. Yay! Ah... Hä? Was zum... Da scheint ja irgendwas zu funktionieren, ja? Ähm... Halt. Nein, 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 nein. Ich will, äh, das... Moment. Ich will das auf das... Nein, das will ich nicht da drauf. Ah, ihr seid doch halt doof. Das will ich da drauf. So. Dann hätte ich gerne das. Lüller auf das Grün. Ich halte mich jetzt hier ran. Für den Fall, dass sich noch jemand sich nicht gedacht hat. Ähm... Demnach wäre orange mit blau... Nein. Oh. Orange mit blau. Und hellblau müsste demnach im Ausschlussverfahren der hier sein, ne? Ja, irgendwo, ja. Ähm, wo gibt es sonst noch was zum verkabeln? Eigentlich nirgends, ne? Aber die hier werden doch auch ihre Daseinsberechtigung... Aha, da oben. Ah, ha, 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 ha. Okay, dann kämpst du damit zusammen. Du kämpfst damit zusammen. Und du kämpfst damit zusammen. Richtig? Und das hier habe ich wahrscheinlich genau verkehrt rum gemacht, oder? Ne, eigentlich nicht. Dann müsste das doch alles stimmen. Nochmal. Okay, rot, gelb, blau. Moment. Also. Nein. Halt. Das wollte ich nicht. Ich wollte da bleiben. War schon... Na, toll. Okay, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also. An den grünen kommt der lila, ne? An den blauen kommt der orange, ne? Der orange, ne? Hass. Allerdings kommt da der orange dran, man. Es ist zum Kotzen. Hm. An den lila kommt dat grünen. Und dann kommt der blaue an den. So, dann kommt ihr Freund, ähm, hellgrün an orange. Und orange kommt an Lelon. Und du kommst dem nach da ran, und... Aha. Dann schießt der hier rein, hier rein, hier rein, da rein. Blups, 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 blups. Ich habe keine Ahnung. Piu. Piu. Gibt es sonst noch was, was wir anklicken können? Okay. Dann schießen wir nochmal drauf. Pritzel. Okay, er ist auf rot. Ja. Prägt nix. Ne, den haben wir ja eigentlich aktiv, ne? Also gut, versuchen wir es mal. Schießen wir mal. Haas. Moment, jetzt reicht's. Nein, das, das mache ich jetzt mal kurz. Aufkam. Vielleicht muss ich nochmal in die Lösung schauen oder dergleichen. Ich glaube, dass ihr es zweimal gesehen habt. Reicht. Okay, ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob das alles so funktioniert, wie soll, aber hey. Ja, gut. Also, zupsi. Einmal zupsi. Pritzel. Also, auf gelb. Äh, auf rot. Auf gelb. Gelb. Auf blau. Hm, 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 hm. Okay, auf rot. Und dann auf gelb. Dann auf gelb, ja. Pritzel. Dann auf gelb, ja. Pritzel. Auf blau. Pritzel. Äh, kein Plan. Ah, vielleicht mussten wir den noch. Okay. Passiert, was wenn ich jetzt drauf schieße? What the fuck? Also, okay. Ähm, rot wäre das erste, danke. Rot, dann gelb. Dann blau. Ah, dann läuft was. Okay. Ich hab keinen Plan, was ich jetzt noch machen muss. Ich schieße einfach mal auf alles. Okay, machen wir's nochmal. Aha. Okay, das war irgendwie richtig. Das ist doof. Dieses Rätsel ist echt dämlich irgendwie. Okay. Wir sind wieder da. Glaub ich. Man weiß es nicht. Was macht Jocelyn hier? Erklär mir das mal bitte einer. Was macht die hier? In Phantasmagoria! Ja. Ich weiß. Ich weiß. Wer du bist. Ich liebe dich. Bitte. Bleib bei mir. Ja. 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 Ich weiß. Okay. So weit so gut. Glaub ich. Hallo Paul Borner. Das Portal wurde beschädigt. Wir glauben, dass es instabil wird. Wir wollen den Zwilling. Er soll zurückkehren. Er gehört nicht auf eure Seite. Richtig! Ich geh nach Hause! Ich tue was ich kann! Versprochen! Hehehehe! Okay! Und damit wäre das Spiel in einer Möglichkeit zu Ende. Und das wäre wohl die andere Möglichkeit. Kannst du dir vorstellen, dass ein hohes Tier wie Paul Boner all diese Leute geklärt hat? Na, kann ich das. Diese Managertypen sind doch alle verrückt. Wo wird er jetzt wohl sein? Na, der sitzt in Panama und frisst Leber mit dicken Bohnen. Du wirst ihn mögen, den Bikini bestimmt. Der ist nämlich so winzig, ich schwör's, so winzig. Und ich hab ganz starke Sonnencreme gekauft, weil ich weiß, wie schnell du verbrennst. Oh, es war wundervoll. Blaues Mittelmeer und sonniger Sandstrand. Du wirst es nicht bereuen, Curtis, das weiß ich. Ja. 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 Und damit finden wir Phantasmagoria 2. Basel of Flash oder Alabor des Grauens, wie auch immer. Ja, wenn dort jemand wissen will, wer die Leute gesprochen hat. Ähm. Also das Spiel war... Naja. Halten FMV. Die Geschichte war gar nicht mal sooo schlecht. Die Umsetzung hingegen, naja. Aber es war mal ganz witzig. Und halt auch ein bisschen erwachsen. Naja. Wobei ich sagen muss, äh, Ripper war im Endeffekt definitiv besser. Fand ich jetzt zumindest persönlich. Vor allem manchmal einfach nur die Jagd nach einigen, äh... Fregan, Auslösern und so weiter. Nein, 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 nein. Nicht so mein Ding. Muss ich schon sagen. Also das war... Es war ganz gut und kann jetzt... Ignoriert werden für... Fernere... Geschichten. Phantasmagoria! Ah, Sierra.